Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, ist, ob wir vom deutschen Schulsystem anerkannt sind. Vom Status her sind wir eine Auslandsschule. Wir können somit alle Kinder im Ausland unterrichten, wenn in diesem Land Home- bzw. Online-Schooling erlaubt oder geduldet ist. Dabei sind die Regelungen in den meisten Ländern weitaus weniger strikt gehandhabt wie in Deutschland. In Deutschland selbst gilt dann das sogenannte Ziellandprinzip, nachdem Sie als Eltern die Vorgaben des neuen Wohnsitzlandes erfüllen müssen. Dies ist auch nachvollziehbar, dass Sie sich stets an die Regelungen des neuen Wohnsitzlandes halten müssen. Die Unterrichtspflicht in Deutschland können wir nicht bzw. noch nicht erfüllen, solange Online-Schulen nicht als Ersatzschulen anerkannt sind. Als Vollzeitschule können wir in Deutschland also nur vorerst nur dann auftreten, wenn die Schulpflicht für das Kind ausgesetzt wurde. Dies kann zum Beispiel durch Kinderkarrieren mit häufigem Wohnsitzwechsel, Befreiung aufgrund Langzeitreise, Schulverweigerungshintergrund oder anderen Umständen erfolgen. Dennoch bieten wir auch in Deutschland die Möglichkeit, Fächer im Rahmen eines Ergänzungsunterrichts zur bestehenden Schule hinzuzubuchen, da der Unterricht am deutschen Nachmittag stattfindet. Vielen Dank. Vielen Dank.